Laubach ist eine mittelhessische Kleinstadt mit 9.613 Einwohnern, davon rund 6.000 in der Kernstadt. Geografie Die Stadt an der Wetter hat einen unregelmäßigen Grundriss. Der Hauptkomplex der Siedlung liegt rechts des Flusses. Von Norden mündet ein Seitental ein. Das Stadtbild wird dominiert vom Schloss mit Park im Norden. Im Südwesten schließt sich die ehemals ummauerte Altstadt mit nahezu quadratischen Grundriss an. Vor der Stadtkirche befindet sich ein kleiner Marktplatz. Eine jüngere Wohnsiedlung liegt im Osten, eine moderne Wohnsiedlung im Nordwesten. Im Westen erstreckt sich entlang der Bahnlinie ein Industriegebiet. Die Gemeinde Laubach erstreckt sich am Rande des Naturparks Hoher Vogelsberg. Der Ortskern von Laubach liegt 700 Meter westlich des 9. Längengrads Ost. Der nördliche Nachbarort auf diesem Meridian ist Büßfeld im Vogelsbergkreis. Die Entfernung zum Äquator beträgt 5.602,25 Kilometer. Laubach ist mit 9.700 Hektar die flächengrößte Gemeinde des Landkreises Gießen. Laubach grenzt im Norden an die Stadt Grünberg und die Gemeinde Mücke im Osten an die Städte Ulrichstein und Schotten. Im Süden an die Gemeinde Nieder, im Südwesten an die Stadt Hungen sowie im Westen an die Stadt Lich und die Gemeinde Reiskirchen, Gemeindegliederung Altenhain, Freienseen, Gontaskirchen, Lauter, Münster, Rödges, Ruppertsburg, Wetterfeld. Geschichte Laubach wurde unter dem Namen Lobach in den Jahren 750 bzw. 802 erstmals urkundlich erwähnt. Ulrich zu Hanau und seine Frau Agnes erlaubten am 5. Dezember 1340 ihrem Sohn Ulrich den Verkauf von Burg und Dorf Laubach mitsamt den dazugehörigen Gerichten und Dörfern. Im Zuge der Gebietsreform in Hessen wurden auf freiwilliger Basis am 31. Dezember 1970 die Gemeinden Gontaskirchen, Lauter, Münster, Rödges, Ruppertsburg und Wetterfeld am 31. Dezember 1971 Altenhain und am 1. April 1972 Freienseen nach Laubach eingegliedert. Vom 1. Januar 1977 bis zum 1. August 1979 war Laubach dem Landekreis zugeordnet, danach wieder dem Landkreis Gießen. Politik Die Kommunalwahl am 6. März 2016 lieferte folgendes Ergebnis. Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung ist Joachim M. Kühn, Freie Wähler Laubach. Seit dem 1. Juni 2009 ist Peter Klug Bürgermeister von Laubach. Er gewann die Stichwahl gegen Klaus Spandau mit 57,72%. Die Wahlbeteiligung betrug 64,03%. Am 7. Dezember 2014 wurde er mit 57,07% der Stimmen gegen vier Mitbewerber direkt wiedergewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 60,65%. Ortsvorsteher der Kernstadt Laubach ist Helmut Kircher. Blasonierung Das Wappen wurde am 8. Mai 1952 amtlich verliehen. Es bestehen folgende Partnerschaften. Elencourt etwa 40 km südwestlich von Paris seit 1975, Gräfenhainichen seit 1995, Zersil seit 1995, Didim seit 1996, Kultur und Sehenswürdigkeiten. Das Museum Frederikianum dokumentiert in einer dreigeteilten Ausstellung die Laubacher Regionalgeschichte. 1981 als Heimatmuseum eröffnet begann 2007 eine umfangreiche museumsdidaktische Neukonzeption und Sanierung des Gebäudes. Im März 2011 erfolgte die Wiedereröffnung als Regionalmuseum. Der zweigeschossige Baum mit Krüppelwallendach, einer zweiläufigen Freitreppe und einem Traufgesims mit Zahnschnittfries wurde 1750 unterhalb des Tannenberges nahe Gontasgirchen als Jagdschloss errichtet und 1832 an seine heutige Stelle in Laupachs Innenstadt versetzt. Zwischen 1875 und 1922 diente es als humanistisches Gymnasium. Hauptartikel Hauptartikel Prunkstück der Kleinstadt ist das Schloss Laubach der Grafen zu Sulmslaubach. Die im 13. Jahrhundert entstandene Burg wurde im 16. und 18. Jahrhundert schlossartig ausgebaut. Der Komplex ist seit dem 18. Jahrhundert von einem Schlosspark im Stil eines englischen Gartens umgeben. Im Schlossgarten befindet sich ein historischer Eiskeller. Die 1555 damals als Schulbibliothek gegründete Schlossbibliothek ist eine der ältesten und größten europäischen Privatbibliotheken mit über 120.000 Titeln. Ein Familiengesetz verbietet Veräußerungen aus dieser Bibliothek. Sie ist im Verzeichnis national wertvoller Kulturgüter eingetragen und steht unter Denkmalschutz. Hauptartikel Der älteste Teil der evangelischen Stadtkirche E.M. Sankt Maria stammt aus dem 12. Jahrhundert. Ein Anbau erfolgte im 18. Jahrhundert. Die Kirche verfügt über eine Barockorgel. Weitere Bauwerke Untermühle schlichter Renaissance-Bau am Westgebel ein 1588 zu 1589 bezeichnetes Doppelwappen-Wohnbauten. Die einst malerische Altstadt mit etlichen Fachwerkhäusern wurde durch die Altstadtsanierung zwischen 1965 und 1980 erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Grünes Meer 14-2-Gesch. Im Verlauf des 15. Jahrhunderts entwickelte sich aus dem Ständerbau der Rehmbau mit geschnitzten Extendern errichtet 1667. Grünes Meer 28 Rehmbau um 1600 errichtet. Grünes Meer 30 um 1550 erbaut. Grünes Meer 1. Zweigeschossiger Wandständerbau mit gebogenen Fußbändern und Kopfbändern um 1450 errichtet. Ältestes Wohnhaus in Laubach. Marktplatz 5 Dreigeschossiges Giebelhaus bezeichnet 1738. Marktplatz 8 Dreigeschossiger Traufständiger Bau im Kern 1635. Der Eck-Äcker wurde wohl im 18. Jahrhundert hinzugefügt. Obergasse 14 bezeichnet 1617. Obere Langgasse 12 um 1500 im 17. und 18. Jahrhundert verändert. Untere Langgasse 6 Achtel um 1560 errichtet. Anbau von 1651. Untere Langgasse 26 Traufenhaus bezeichnet 1625. Wildemannskasse 9 1969 abgebrochen. Die Eckständer mit Wildemann und Wilderfrau sind jetzt am Neubau des Hauses Nummer 7 angebracht. Stadtbefestigung. Klippstein-Turm. Quadratischer viergeschossiger Turm. Letzter noch vorhandener Wachturm der Ehe. Stadtbefestigung. Die Fachwerkteile sind wohl um 1500 entstanden. Der Rundebürgerturm stürzte 1963 wegen Baufälligkeit ein. Ehemaliges Vorwerk an der Wetter. Quadratischer Turm des 16. Jahrhunderts mit Maulschießscharten und jüngerem Fachwerkaufsatz. Er war einst Teil des der Stadtmauer vorgelagerten Haingrabens. 1965 wurde er abgetragen und etwa 130 Meter von seinem ursprünglichen Standort entfernt im Gartengelände des Hauses im Hain 8 wiedererrichtet. Dabei wurde das aus dem 18. Jahrhundert stammende Fachwerkobergeschoss weitgehend rekonstruiert. Hauptartikel, in der historischen Altstadt und im Schlossbereich finden regelmäßig kulturelle Veranstaltungen statt, die über regionales Interesse erzeugen. So das hessische Blues Festival sowie die Orgelkonzertreihe Mixtur statt. Weitere regelmäßige Veranstaltungen sind Open-Air-Kino, Lichterfest, La Villa Cotta, Herbst- und Winterzauber sowie Schlossparkkonzerte. Seit 2007 findet alljährlich am zweiten Wochenende im September das mittelalterliche Spektakulum im Schlosspark statt. Das traditionelle Volksfest ist das Laubacher Ausschussfest, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1540 zurückreichen. Waldpark Grünes Meer etwa 7 Kilometer von Laubach Richtung Schotten An der B276 liegt der 2009 eröffnete Waldpark Grünes Meer. Rund um den Kirchburg legt sich ein etwa 80 Hektar großer Naturerlebnispark, der den Besuchern die Möglichkeiten bietet Besonderheiten des heimischen Waldes zu entdecken oder einen Blick in die Vergangenheit der Besiedlung der Vogelsberghänge zu werfen. Bestandteile des von Karl Georg Graf zu Sulms Laubach errichteten Parks sind neben einem Abenteuerspielplatz unter anderem ein 35 Meter hoher Aussichtsturm, ein Wildgehege, ein Waldklassenzimmer sowie nachgestellte Grabungsstellen. Während des Mittelalters war das Horlofftal dicht besiedelt. Auf etwa halber Strecke der heutigen B276 zwischen Laubach und Schotten lag das Dorf Ratshausen, welches 1340 erstmals erwähnt wurde. Seine Bewohner verließen es vermutlich infolge der Pest, sodass es um 1550 zur Wüstung wurde. Die Kirche Sankt Valentin errichtete man bereits um 1260. Eine Erneuerung der Ruine erfolgte 1970. Auf einer Tafel im Türbogen findet sich folgender Reim. Wo sind sie, deren Lied aus seinem Schaus, O Kirchlein, einst zu Gott empor geflogen, vergessend all ihr trübes Erdenlos. Wo sind sie, ihrem Liede nachgezogen, Wirtschaft und Infrastruktur. Laubach liegt im Tarifgebiet des Rhein-Main-Verkehrsverbundes. Die Bahnstrecke Friedberg-Mücke ist zwar wie die durch den Ortsteil Münster führende Butzbachlicher Eisenbahn in diesem Bereich stillgelegt, jedoch verbinden eine Anzahl von Buslinien Laubach mit Bahnhöfen in der Umgebung. Die VGO-Linie 74 fährt täglich zum nächstgelegenen Bahnhof Grünberg an der Vogelsbergbahn Gießen-Fulda, sieben Kilometer nördlich von Laubach. Die Linie 372 bietet täglich Verbindungen zum Bahnhof Lich an der Lahn-Kinzig-Bahn Gießen-Gelnhausen. Die Linie 363 fährt montags bis freitags und von November bis April auch am Wochenende zum Bahnhof Hung an derselben Strecke. Außerdem fährt die Linie 372 täglich zum Intercity-Bahnhof Gießen. Die Linie 363 fährt montags bis freitags und von November bis April auch am Wochenende zum Intercity-Bahnhof Friedberg, beide an der Main-Weserbahn Kassel-Frankfurt gelegen. Von Mai bis Oktober wird die oben stehende Bedienung der Linie 363 durch die VGO-Linie VB92 des Vogelsberger-Vulkan-Express, ein Freizeitverkehr mit Fahrradanhängern, ersetzt. Schulen Theodor-Heuss-Schule, Evangelische Grundschule Laubach-Freien Seen der EKHN, Friedrich-Magnus-Gesamtschule Laubach, Laubach-Kolleg der EKHN-Oberstufen-Gymnasium des 1. und 2. Bildungsweges mit Wohnheim, Persönlichkeiten, Sophie von Sulms-Laubach, Johann Wilhelm Buder-Russi, Gründer der Firma Buder-Russ, Philipp Erasmus-Reich, Buchhändler und Verleger, Friedrich Graf zu Sulms-Laubach, Mitglied des Reichshofrates und Oberpräsident der preußischen Provinz Jülich-Klewe-Berg, Ludwig Kern-Oberamtmann, Philipp Hellig, Littograf und Maler, Friedrich zu Sulms-Laubach, Reichstagsmitglied, Hermann Maximilian Karl-Ludwig Friedrich zu Sulms-Laubach, deutscher Mykologe, Felix Klippstein, Maler und Grafiker, Eduard Christ, Bankmanager, Vorstandsvorsitzender der westdeutschen Bodenkreditanstalt, Friedrich Kellner, Justiz-Oberinspektor und Autor dokumentarischer Aufzeichnungen in der Zeit des Naziregimes in Deutschland, Hadarion Tullach, Hübsch, Autor, Schulbesuch in Laubach, Michael Meinhold, Autor und Redakteur diverser Modellbahnzeitschriften, Friedel Münch, Chef der Münch Motorradwerke, Holger Geschwindner, Basketball-Nationalspieler, Karl Friedrich Rausch, Manager, Udo Sammel, Schauspieler, Rainer Lind, Maler und Grafiker, Monika von Hannover, Herzogin von Braunschweig und Lüneburg, Gräfin zu Sulms-Laubach, zweite Ehefrau von Ernst August von Hannover, Roman Christian Robert Pflegeur Jim Le Vielen Dank.